Winterstimmung im Zoo Schwerin. Der ruhige Schneefall lässt fast vergessen, dass hinter den Kulissen gerade auf Hochtouren gearbeitet wird. Das Handwerkerteam bereitet Zufahrtswege vor, prüft ein letztes Mal Metallinstallationen und stellt sicher, dass alles gut vorbereitet ist. Heute bekommt das Rote-Liste-Zentrum nämlich seinen ersten Bewohner, den Löwen Chapur. Aber woher kommt er überhaupt? Der Löwenmann, der kommt aus Moulouse, Frankreich natürlich. Wir erwarten ihn heute Abend. Etwas früher in einer Abendstunde hoffe ich, dass es nicht zu lange dauert. Noch weiß Chapur nichts von seinem bevorstehenden Umzug. In Moulouse lebte er bisher mit seiner Schwester zusammen. Jedoch gibt es zwischen den Geschwistern nicht nur ab und zu Krach. Er soll auch für Nachwuchs in Schwerin sorgen. Hier zieht er ins Rote-Liste-Zentrum. Ohne Zank mit der Schwester wird er sich in Ruhe eingewöhnen können. Zunächst hinter den Kulissen. Wir werden ihn in seine Innenboxen lassen. Natürlich wird er die erste Zeit zur Eingewöhnung und auch zur Akklinatisierung, weil es ist schön warm da drinnen, wird er nur die Innenboxen bzw. die Schaubox bekommen. So, dass er erstmal nicht in die Außenanlagen kann. Weil wir müssen erstmal wissen, was kann er ab und was er nicht von den Temperaturen. Nun ist also Warten angesagt. Und während es langsam dunkel wird, sind alle schon gespannt, wie gut der Löwentransport, begleitet von den Tierpflegern Daniel und Johannes, wohl durchkommen wird. Nach etwas mehr als elf Stunden Fahrt nähert sich dann der Transport dem Zoo. Durch den Schnee wurde der letzte Abschnitt aber bewusst langsam genommen. Zunächst wird die Fläche im Gehege, auf der später die Transportkiste stehen soll, erneut von Schnee und Eis befreit und dann, nach letzten Besprechungen, wird auch schon der Löwe mitsamt der Kiste vom Radlader vor das Rote-Liste-Zentrum gehoben. Nachdem die Kiste platziert ist, steht auch das Wiegen an. Hierbei wird auch schnell klar, warum der Radlader gebraucht wurde. Ein Gesamtgewicht von knapp 630 Kilo. Auch wenn der Großteil davon das Gewicht der Kiste ist, wird schnell klar, dass der Löwe selbst kein Leichtgewicht ist. Mit speziellen Rollwagen fahren nun Tierpfleger und Handwerker die Transportkiste in das Löwengehege. Nachdem alles gesichert ist, heißt es nun, Schieber auf. Doch auch so ein Schieber hat ein gutes Gewicht. Zu dritt wird er angehoben. Und während sich nun die Verbindung zwischen der Transportbox und dem Innengehege öffnet, erhalten wir einen ersten Blick auf Schwerins neuen Löwen. Schapur. Bei so einem Umzug ist auch ein sonst sehr selbstbewusster Löwe eher zurückhaltend. Vorsichtig begibt er sich also in eine von sechs geräumigen Innenanlagen der rückwärtigen Tierhaltung des Rote-Liste-Zentrums. Schapur ist nur der erste von insgesamt vier Löwen, die später im Rote-Liste-Zentrum leben werden. Der asiatische Löwe ist hier auch eines der Highlights. Da die Unterart stark gefährdet ist, soll Schapur natürlich für Nachwuchs sorgen. In der Natur gibt es nur noch in Indien zwischen 300 und 400 dieser imposanten Löwen. Im Außenbereich wird die Kiste noch mal gewogen und zeigt, dass der Löwe 247 Kilo wiegt. Im Rote-Liste-Zentrum hat der Löwe es sich nun in der rückwärtigen Tierhaltung gemütlich gemacht und so heißt es Licht aus und Bon Nui. Schlaf dich gut aus, Schapur.